Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde World of Warcraft in der Kriegszim... Sägewerk ist Kriegszimplan, sowas ich wollte gerade Kriegszimmschlucht sagen naja aber ich hab's ja doch noch richtig hingebogen ja okay ich habe gestern alle keine Runde WoW gespielt, ich hab's probiert um 21 Uhr was waren das 20 Uhr zuhause gewesen ne stimmt gar nicht um 22 Uhr hab ich mich probiert für die PvP Runde anzumelden hab eine Stunde gewartet ging nichts dann hab ich mir gedacht, ok, probiere ich eine Instanz da bin ich nochmal eine halbe Stunde für Instanz angemeldet da war schon halb zwölf gewesen war immer noch nichts gewesen dann hab ich mir gedacht ach, ich glaub das wird heute nichts mehr dann lassen wir das mal heute ausfallen da war ich noch an überlegen ob ich ein bisschen die Queste die ich gerade gemacht habe den Zeitpunkt aufnehme da hab ich mir auch gedacht ne, Queste aufnehme ist irgendwie mal ein bisschen langweilig ich find so wenn denn so Instanzen oder PvP interessanter ja ja deswegen konnte ich gestern keine Folge machen weil ich leider nichts gefunden habe und heute morgen habe ich leider auch keine Folge gemacht von da bin ich auch nicht zugekommen da war ich leicht einerseits beschäftigt aber naja, Gott soll es da bin ich ja froh dass ich heute wenigstens die Runde gefunden habe ich dachte schon die haben alle keinen Bock mehr zum Spielen und ich freue mich schon voll auf den Film von Warcraft ok da ist ja nur Warcraft so jetzt mal das kaputt gemacht ok nehmen wir den laufen wir los ich möchte ja eigentlich gar nicht von habe ich denn die Flagge eigentlich ich halte sowieso nichts aus so dann bin ich schon mal oben dann erwarte ich jetzt nur noch die Schlage und dann noch holen wir uns den ersten Punkt schauen wir da ob einer kommt und da ob die Flagge abgegeben wird ich bin ja eine Katze ich kann jetzt mir so runterspringen geschwächte sehen achso ich hab von dem Priester da Mensch du bist doch die Flagge Ich will es abgeben. Ich habe schon einen Vierer-Stack drauf. Wo ist die andere Flagge? Ach, der wartet auch. Nein. Drei Schurken. Das kann doch nicht sein. Drei Schurken-Mander. Oh, wir spielen gegen russische Kameraden. Die sind immer gut, die Russen. Soweit ich weiß, gibt es glaube ich auch in Russland nur PvP-Server. Da gibt es noch keinen PvP-Server. Oh yeah. Geben wir den Ferger. Ach komm, der ist mir drin. Ach komm, der ist mir drin. Jetzt ist er gleich tot. Das hält er nicht mehr lange aus. Hübser mich. Wieso? Ein Spunny? Ich bin Sack. 1, 2, 1. ... ... so 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 auch noch schrecklich kaputt da haben sie mich voll weg gehauen so ein Mist also mir wurde gesagt dass ich ein bisschen leise rede tut mir leid ich rede immer ein bisschen leise aber ich finde ja auch dass ich ein bisschen uninteressant normal bin ich finde das Spiel an sich mal interessanter aber ich habe trotzdem jetzt den Sound bei dem Spiel ein bisschen leiser gemacht damit ich vielleicht hier ein bisschen besser verspannen werde und wenn ich mal noch ein bisschen leise dann werde ich mir dann anhören weil ich das jetzt ins Netz gestellt habe in this Gameplay so 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 ich bin ziemlich schlecht das kann man wohl so sagen naja was für den Level bin ich? 87? ne 84 war ich ne? 85 ja ja ich denk mal morgen nach der pvp-runde werde ich bestimmt 86 sein ich war eigentlich schon ewig nicht mehr in dem Einschlachtfeld wie hieß denn das? ach Mensch ich war schon damals in der 60er Zeit ja in den 70er Zeit da wo er 40 gegen 40 im Alltag da lag ich wieder in den Track das sah gerade aber cool aus ich als leicht und ringsum um den Raum zuge jetzt gerade so wir können noch gewinnen ja ich kann das mal wissen ich hatte Foto ich bin so besser ich bin auf dem Weg ich bin so schnell ich bin ich bin so schnell ich bin so schnell ich bin so schnell Sollts. So rustig gegen die Stange. Ach, da sind schon so viele hinterher. Da liegt von Jägerpad. Von Jägerpad. Hm. Wie ist das nicht von Jäger einpad? Loll. Dann schauen wir mal was was schnell den kaputt kriegen. Ach. 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 Das ist eine Müllnummer, ui! Ui! Ja! Mach's überhaupt nicht! Ich werde ihn nicht überlegen! Oh, schon wieder! Oh! 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 Ach! Das ist eine Müllnummer, wie sie es schon reingeschrieben haben! Na gut! Das war mal wieder ein Satz mit X, das war wohl nix! Oh! 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 1 2 3 4 5 naja ich hoffe beim nächsten mal wieder ein bisschen besser nochmal entschuldigung dass heute morgen und gestern ich denke es besiegt was ich heute morgen und gestern keine folge gebracht habe aber sorry gestern hat irgendwie keiner Bock gehabt und heute morgen hab ich irgendwie auch nix die Kette gekriegt soo dann rennen wir schnell nochmal hier hinten und geben die eine Quest ab ich glaube dann sind wir auch fertig hier im Fashia also der Erfolg dass ich Fashia durchgequestet habe habe ich schon bekommen und das ist ja bevor kurz bevor die Reinkunft und geben wir die Quest hier ab besuchen wir uns auch schon raus Ringstärken wollen nicht Intelligenz auch nicht auch nicht ich brauche auch gar nix ich brauche auch gar nix hier so ein Mist oh er stirbt er stirbt ich glaube ich muss hier ganz schnell raus da rennen wir hier nochmal schnell raus und dann voll cool so schnell wieder hier schwimmt aber irgendwie hier in Fashia gibt es nichts für ein Juru zumindest nicht viel für ein Dudu Katze oder Dudu Bär ich habe jetzt zwei Einhänder die werde ich mir wahrscheinlich auch mal anlegen ich habe hier Dschabang was er fern Müll mein Opa paar Müll frisch Müll und leiche mir mal an wo sind die Dach bei Hand Dölch und dieses Dölchchen kann ich gar nicht na gut dann kleiner Wandstab die stangen machen lassen sie müssen auch bin ich nicht schon an meinem ziel vorbei geschwommen ist ja normal immer dran sehen an die gelben viecher hier sind immer nur da wo der eingang ist von so einer höhlder müsste jetzt hier links irgendwo rein oder unten da sind die gelben viecher muss halt drunter gewesen sein da drunter naja dann gehen wir schnell um ab und dann bin ich mal sagen sehen wir uns beim nächsten mal wünsche euch noch viel spaß und das alles was ich mir auch wünschen will ja hier gibt es aber eine krise heule na gut dann bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss tschüss